Der 75. Jahrestag zur Gründung des Staates Israel ist der feierliche Anlass für dieses Video zum Thema Biografisches Schreiben und NS-Verbrechen. Ohne das biografische Schreiben gäbe es keine Zeitzeugenüberlieferungen zu den Verbrechen der Nationalsozialisten. Ohne das eigenhändige Niederschreiben der Erfahrungen der NS-Opfer und ohne das Protokollieren ihrer Erzählungen durch die Nachwelt oder durch Fachpersonen wären die historischen Fakten zur NS-Vergangenheit nicht vollständig. Ohne das biografische Schreiben zum Thema NS-Verbrechen gäbe es kein umfangreiches Wissen für die Nachwelt. So wichtig ist biografisches Schreiben. Menschen, die die Schoah erlebt und überlebt haben, Menschen, die den Poraimus erlebt und überlebt haben, ihnen hilft biografisches Schreiben dabei, das erlebte Leiden leichter zu ertragen, ertragbarer zu machen, erzählbarer zu machen und dadurch seelisch damit leichter umzugehen. Menschen, die die Schoah erlebt und überlebt haben, Menschen, die den Poraimus erlebt und überlebt haben, sie schöpfen durch das biografische Schreiben die Hoffnung darauf, dass die Nachwelt aus ihren Erfahrungen, aus ihren Texten lernt. Beim biografischen Schreiben über NS-Verbrechen geht es also darum, die Demokratie zu stärken und die freiheitlichen Rechte zu bewahren. Biografisches Schreiben ist damit ein politischer Akt, ein Akt zur Förderung des Gemeinwohls. Menschen, die die Schoah oder den Poraimus nicht erlebt haben, aber Angehörige haben, die direkt Opfer von NS-Verbrechen geworden sind, Sie können durch Ihr biografisches Schreiben dazu beitragen, dass historische Fakten, die Ihnen erzählt worden sind, an die Nachwelt weitergegeben werden, Fakten, die vielleicht bislang gar nicht bekannt gewesen sind. Außerdem hilft Ihnen biografisches Schreiben dabei, wieder mehr Lebensfreude zu gewinnen. Viele Angehörige sind davon belastet, was Ihnen die Vorfahren erzählt haben und fühlen sich schuldig, wenn Sie selbst wieder Lebensfreude empfinden. Sie fühlen sich angebunden, fast angekettet an die Erfahrungen Ihrer Großväter oder Ihrer Eltern. Auch hier kann biografisches Schreiben helfen, in die Freiheit und in das eigene Lebensglück zurückzufinden. Auch diese Personengruppe trägt durch das biografische Schreiben dazu bei, den Bestand der Demokratie zu fördern und die freiheitlichen Rechte zu bewahren. Die neue Form der Holocaust-Leugnung ist nicht das, was Ernst Zündel gemacht hat, indem er die Gaskammern von Auschwitz verleugnet hat, sondern die neue Form der Holocaust-Leugnung besteht darin, nicht mehr über den Holocaust zu sprechen und nicht mehr über den Holocaust zu schreiben, im demokratischen Sinne, im Sinne einer freiheitlichen Republik. Als biografischer Coach, als Coach für biografisches Schreiben, helfe ich Ihnen dabei, über diese Themen biografisch zu schreiben. Entweder Sie schreiben selbst oder ich schreibe für Sie. Angaben hierzu finden Sie oberhalb oder unterhalb dieses Videos. Das war's von mir, Deine Koko, Ihre Koko. Frieden ist Dein Geburtsrecht, Frieden ist unser Geburtsrecht. Meine wissenschaftliche Ausbildung als Diplom-Politologin mit Schwerpunkt Zeitgeschichte genoss ich bei Wolfgang Schäffler, Helge Grabitz, Johannes Tuchel, Peter Steinbach und als Praktikantin bei Simon Wiesenthal in Wien. Ausbildung als Diplom-Politologin mit Schwerpunkt Zeitgeschichte genoss ich bei Wolfgang Schwerpunkt und als Traktikantin bei Simon Wiesenthal in 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 Wiesenthal. Amen.